Willkommen zurück bei Offroad Truck Simulator Heavy Duty Challenge So, jetzt müssen wir die Reifen abgeben Das heißt Aber ihr wisst ja, ich geb nicht gleich auf hier Wir ziehen das durch Aber mit den Reifenspuren find ich schon mal geil Das ist cool gemacht So Ich schätze mal, dass wir hier dann müssen Das Spiel braucht dringend Updates Oh Da hat jemand einen Unfall gebaut Oh mein Gott Hallo Der fahr halt weiter Hä? Was jetzt? Der Buster steckt fest jetzt Okay, wir müssen uns gerade hinstellen Und jetzt nochmal Na komm Hoch Hallo Der kommt nicht hoch Dazu zieht nix Hä? Was wenn ich F mach? Achso Hallo Stopp, stopp, stopp Halt, halt, halt Bist du wahnsinnig Ja, was ist denn jetzt? Ich dachte ich kann da hoch Ja Hallo Jetzt fahr halt weiter Was ist denn jetzt? Schöner Truck Komm nicht einmal Ich komm nicht einmal das bisschen Zeug da hoch Hä? Oder muss ich volle Pulle geben? Oder ist der Tank leer oder was? Hä? Ich verstehe das nicht Wo stecke ich denn jetzt fest? Ich bin doch schon irgendwo Ich bin doch auf der Straße Was wird denn von mir? Also sag mal Ich komm nicht mehr weg Ich komm nicht weg Und B? Nee Mach doch nicht Also rückwärts geht Muss ich Anlauf nehmen oder was? Kann ich gerne machen Ich muss aber da hoch Ich muss da hoch So Und jetzt volle Kanone da hoch Los Hallo Ich hab's ja volle Kanone Los Los jetzt Wahnsinn Jetzt kommt er schon nicht mehr hier hoch Was ist das? Verarscht er mich gerade oder was? Umschaltsteuerung Achso Äh Ja Dann müssen wir versuchen Einen anderen Weg zu nehmen Den will er nicht nehmen Warum auch immer Ich hab keine Ahnung Wo müssen wir da dann? Hallo Hallo Stopp So Fahr los Los Ja Ja was ist hier jetzt? Kann er jetzt gar nicht mehr fahren oder was? Oder ist irgendwas kaputt jetzt? Ist irgendwas kaputt? Keyboard So Gang runter Straßenmodus Nächster Fahrmodus Mit Punkt Kann er jetzt doch wieder fahren oder was? Probier's da hinten nochmal Rufe 6 Los 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 Hallo Der macht's wieder nicht Hä Was ist denn hier jetzt? Der ist doch gerade gefahren Er ist doch gerade gefahren Warum fährt er jetzt nicht? Das verstehe ich nicht Ich verstehe es nicht Jetzt fahr halt Ja komm Weiter 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 Ich krieg jetzt schon ne Krise Ja 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 Weiter Komm 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 Ja Und jetzt Voll ne Pulle jetzt Wird wieder stehen Da muss ich die Räder bewegen Naja vielleicht kommen wir noch hoch Ja Okay 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 es sind ein paar Meter weiter gekommen Und weiter geht's Muss so ein bisschen mit die Räder wackeln Dann fährt er Irgendwann fährt er los Ja Weiter 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 Komm 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 Was ist denn das für ne Was ist das für ein Quatsch hier Ich komm 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 Ich komm nicht weiter Also letztes Mal bin ich bis da vorne hingekommen Jetzt gar nicht mehr Was ist da los Kann ich da auch einsteigen und rumlaufen Nee ne Naja so kommen wir auch weit Hm Oh je Wenn ich so mach Dann geht überhaupt nix Das war so ein Quatsch da mit der Mit der Sperre hier Es tut sich aber nix Es tut sich nix Der kommt ganz 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 langsam voran Seht ihr das Millimeter für Millimeter Boah was ist das Ja jetzt Okay jetzt Ja Na komm Ich glaube ich möchte mich doch verarschen oder Ist das Spiel ernst gemeint Ich weiß nicht Also wenn ich mir jetzt find Ein Meter Ein, zwei Meter Komm ich nicht Ich muss mal schlagen Die gehen hier vorn Irgendwann sind wir da oben Kann keiner was an hier Das gibt's nicht Ist wie im schlechten Film hier Muss ich da auf der Spur bleiben oder was Oder wie Ich kann auch mal die Sperre machen aber Die bringt ja auch nix Ne Da rollt er nur noch hinten Ist ja auch Quatsch Na komm schon Weiter Ja ja komm komm Gib Gummi Ich dachte der hat sie jetzt Immer noch nicht Kann doch nicht wahr sein Kann doch nicht wahr sein Ja und sonst so Oh ich da jemals hochkomme Ich weiß nicht Ich kann es aber mit der Sperre probieren Aber der rollt ja zurück Ich komm da nicht hoch Geht nicht Und hier bewegt er sich nicht mehr Das verstehe ich nicht Der kommt da nicht mehr hoch Der kommt nicht mehr weg vom Fleck Das spielt nicht spielbar daraus Jetzt sind wir hier nochmal Aber hier geht's doch auf Hm Ich geh mit nem anderen Weg Habt kein Bock mehr drauf Jetzt fahr' mich hier dran Jetzt wieder Achso Darf ich zu schnell sein oder was Oder wie Okay Wir versuchen es nochmal Muss ich mit nem Kleingang da hochziehen oder was Okay Letzter Versuch Guck mal ob es jetzt geht Oh Mann Ich werde aber diese Kack Reifen da wegbringen Ah wie war's halt Ich bin gespannt wie weit ich jetzt komm' Oh ich komm' hoch Oh ich komm' hoch Aha Also man darf nicht Also man darf nicht Den Gang zu hoch machen Oh je Okay Ja wusste ich ja nicht Dem Eis zurück Aber trotzdem ist die Grafik nicht gut Das macht's nicht besser Aber jetzt weiß ich wenigstens wie ich fahren muss Hilfe Also ich darf nicht zu schnell fahren hier Okay So Wohin Hier irgendwo Da rein oder was Achso hier Naja das hat doch noch funktioniert ne So Achso Wieder Rügnats fahren Okay Okay Ich finde es ja schade Dass es ja keine Karte gibt ne Aber man nachgucken kann wie man da fahren muss Okay Oben ne Also muss ich jetzt hier lang Ja wieder hier rein Was ist das zu laut Oh Gott Das wackelt ganz schön So was kommt jetzt Oh ne Brücke Die gegen oren Ist da Wasser an denen So Ich muss sagen von der Steuerung her Ist es einfacher als wie Spintyre Ah hier hin okay Achso wir sind wieder hier Oh Gott Was müssen wir noch üben Okay Wo wir einmal hier umdrehen Das raucht schon alles Nächsten Gleich explodiert Okay 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 Rein da Jawoll Schließe deinen ersten Abschnitt außerhalb der Fahrschule ab Sehr gut Weiter Wunderbar So Dann machen wir in der nächsten Folge weiter Bei Ding Offroad Truck Simulator Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss